Was ist eine Rouladenabdeckung? Eine Rouladenabdeckung ist eine Form von Poolabdeckungen. Sie besteht aus einer miteinander verbundenen PVC-Panelen, die eine relativ steife Abdeckung auf der Wasseroberfläche darstellen. Die Seitenprofile werden an den Ende mit Stopfen abgedichtet. Der Rouladen ist eine schwimmende Abdeckung auf dem Wasser, die keine Führungen benötigen. Es kann zwischen automatischen und manuellen Rollläden gewählt werden. Wenn du dich für eine Schwimmbadabdeckung entscheidest, schütze das Beckenwasser vor Wärmeverlust, Verdunstung und so weiter. Das verhindert, dass Verunreinigungen in das Becken gelangen. Schwimmbadrollläden garantieren jedoch keinen Schutz gegen Ertrinken, obwohl es sich um eine eher stabile Konstruktion handelt. Also keine Partys darauf veranstalten. Okay? Was bringt eine Solarfolie? Zusätzlich zu den typischen Merkmalen jeder Art von Abdeckungen, wie zum Beispiel die Verhinderung von Verschmutzungen und Verunreinigungen im Pool, hilft die Solarfolie, den Wärmeverlust im Pool zu reduzieren. Dank seiner absorbierenden Eigenschaften nimmt die Folie Wärme aus dem Sonnenlicht auf und erwärmt das Wasser. Wenn dein Schwimmbad mit einer Wärmepumpe oder einer anderen Heizungsanlage für Schwimmbäder ausgestattet werden soll, ist es unerlässlich, die Wasseroberfläche mit zum Beispiel einer Solarfolie abzudecken. Dadurch wird ein Wärmeverlust durch die Wasseroberfläche verhindert. Denke daran, dass sich das Wasser im Pool durch die Wasseroberfläche am schnellsten abkühlt. Schützt die Solarfolie vor dem Hineinfallen in den Pool? Nein! Die einzig wirksame Absicherung ist eine abschließbare Poolüberdachung.